Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport Viva 2. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier unsere schöne S-Bahn designt, die jetzt schon hier langfährt wieder. Ups, da leid's euch die Musik zu leid's schon bei mir. Ähm, ich muss jetzt bei mir grad ein bisschen meine Lautstärke reinstellen. Die jetzt hier hin und her pendelt. Zwar aktuell noch nicht wirklich lukrativ, aber ich hoffe, dass diese in Zukunft lukrativ wird. Und, um das natürlich jetzt lukrativ gestalten zu können, müssen wir in den Ortschaften jeweils auch Busse fahren lassen, die die Leute zum Bahnhof bringen. Von daher habe ich vor allem auch den Plan, diese Strecke hier um zu designen, dass die hier hin kommt. Und dann hier zwei independent kleine Busstrecken, die fahren. Beziehungsweise, ich glaube, ich mache hier sogar eine S-Bahn-Strecke draus. Ich glaube, ich mache hier zwei S-Bahn-Strecken, die fahren. Und hier kommt Busse einfach rein. Bedeutet, wir designen jetzt erstmal hier schnell die Station. Ich würde sagen, wir brauchen... ...zwei Plattformen jeweils. Wir machen's elektrifiziert. Länge 30 Meter, das hört sich doch schön an. Und setzen das entgegenüber des Bahnhofs hin. So. Wir werden's jetzt noch ein bisschen feiner platzieren, dann schalten wir's auch rein. Oh, zack. Und da können jetzt nur noch S-Bahnen reinfahren. Was natürlich dann auch benötigt wird, ist ein kleines... ...ein Tram-Depot. Das setzen wir hier außerhalb der Stadt hin. Ich will ja keiner unbedingt sehen. Und als nächstes müssen wir natürlich planen, wie wollen wir die Routen setzen. Der Bahnhof wird hier wahrscheinlich obsolet. Bedeutet, der wird bald wegfallen. Aber was müssen wir denn noch alles jetzt machen? Als erstes müssten wir mal wahrscheinlich ein zwei Straßen noch designen. Die werden schon elektrifiziert. Busse wohnen brauchen wir. Keine elektrische Straßenbahn. Das hört sich gut an. Wir designen das jetzt so und setzen das hier ein. Der Erste fährt immer sozusagen seine Runde hier so. Fährt hier rum, fährt hier zurück, fährt hier und dann raus. Der Andere soll im Grunde dann hier fahren und hier eine Runde ziehen. Das, glaube ich, wäre sogar ganz praktisch. Wenn wir halt wirklich sagen, okay, der eine fährt quer zum anderen oder... Der eine düst hier lang, der andere düst hier lang. Machen wir das mal so. Jetzt müssen wir natürlich hier sagen, okay, wir wollen ein bisschen Zauber-Zauber hier. Tramgleise setzen, die Oberleitungen haben. Wir brauchen auf jeden Fall die Strecke hier. Wir brauchen die Strecke hier. Zack, und dann setzen wir natürlich noch. Das schaut aktuell nach der besten Linienführung aus, würde ich sagen. So, dann als nächstes natürlich die dementsprechenden Stationen. Der fährt hier raus, fährt als erstes Mal hier rüber. Dann machen wir hier in der Mitte natürlich ein Doppel-Halt-System rein. Auch nochmal. Und das passt dann schon. So, der nächste fährt dann auch hier raus, hier vor. Hier seine erste eigene Station dann. Und das sollte dann auch passen. So, dann tun wir die zwei Linien machen. Wir sind hier ja in Kamenz. Hier gibt es Kamenz S-Bahn 1 und Kamenz S-Bahn 2 dann einfach so. Oh, oh. Ich glaube, ich habe das falschen Wort, warte mal. Schaut zwar richtig aus, aber... Das ist eine LKW-Station. 3, 3, 30 Meter elektrifiziert. Das passt gut. Dann setzen wir das Ding jetzt mal wieder hin. Das war mal wieder sehr schlau von mir. So, okay. Jetzt können wir anfangen, die Linien zu setzen. Neue Linie... Oh, warte mal. Ja, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist Kamenz S-Bahn 0-1. Wir machen hier Stra... Bahn. Ne Tram. Machen wir einfach Tram. Ich glaube, das ist einfacher. Da wissen wir, dass da noch was ist. Das ist die Tram. Kamenz. Tram 1. So, hier. Dann tun wir hier Bahnhöfe hinzufügen. Der führt als erstes dann gleich hier hin. Und das ist... K... Kamenz. Tram 0-2. Und... Ah, wir müssen natürlich hier hinten auch noch elektrifizieren. Und dann können wir uns hier mal schön zwei Maschinen rausnehmen. Wir nehmen mal die Vitjas hier. Die schaut ganz cool aus. Die schaut ein bisschen veraltet aus. Sie nehmen zwei von denen hier. Das ist ein Unterschied zwischen den beiden. Nehmen wir zwei von denen hier. Dann machen wir mal gleich vier. Übertreiben wir es gleich. Weil das ist unser Name. Jetzt haben wir hier Kamenz Tram 1. Kamenz Tram 2. Und da kommt die Kamenz Bahn. Die fahren jetzt dann schön los. Elektrifiziert und Hightech geht das jetzt hier auf die Bahn. Und dann setzen wir als nächstes... Natürlich müssen wir für die Linien, die wir haben, zum Beispiel die rote Linie... Und das ist jetzt die rote Linie... Wo ist denn die? Bootbus hier, die da. Das Kamenz Abzweigung und das ist eins. Zweig und das ist anders die Abzweigung. Dann müssen wir jetzt hier Abzweig wegmachen. Und sagen, du hältst hier. Genau. Und dasselbe kommt dann für die gelbe Linie hier rein. Abzweig kommt weg. Und die fährt auch nach hier. Dadurch wird in der Stadt die Station abgerissen. Somit leiten wir auch wahrscheinlich bald einiges um. Oh, guck ja, der baut hier schon... Der baut schon eine neue Straße hier ein, weil er das ganz cool glaube ich findet, was ich hier mache. Wir schmulen mal ein bisschen vor und schauen, was passiert. Wie ist das annehmen, das ganze System vor allem. Immerhin wird das jetzt ein ganz schön großes System werden. S-Bahn kommen hier rein, S-Bahn fahren raus. Oh Gott, ineinander. Wie? Was sind denn das? Na, Doppeldecker gibt es wieder. Das ist schön. Holy shit, hier geht es ab. Wie viele Wagen sind das? Oh, okay, sie wechseln sie. Aber dadurch, dass es jetzt hier auch schon... Ich glaube, die warten jetzt hier, okay. Mal schauen, jetzt bringt es sich. Oh, wie viele warten denn da? Ist da nicht so eine große Kapazität oder was? Holy shit, da sind viele unterwegs. Natürlich, dass das jetzt hier der große Umschlagsplatz wird, geht hier auch viel ab die ganze Zeit, aber... Das war so ein bisschen unerwartet gerade. Von wie viele Leute auf einmal hier doch mitfahren wollen mit dem Zug. Die Möglichkeit einer Straßenbahn, da sieht man, was das für einen Unterschied einfach macht. Wenn wir sagen, wir bauen hier noch sowas ein wie... Da kommt gerade was angerastet. Hier habe ich gerade gewundert, was da unterwegs ist, aber das ist unsere S-Bahn. Die bringt 40 Leute vorbei. Und hier warten 40 auf sie wieder auch. Das wird das Ganze am Ende doch lukrativ gestalten. Ich glaube es kaum. Muss ich am Ende doch zugeben, dass es eine schlaue Idee war, oder was? 700.000. Ordentlich. Unsere Straßenbahnen sind hier auch ordentlich unterwegs. Und die Stadt ist, glaube ich, damit ganz zufrieden. Kamenz vor allem. Weil sie natürlich jetzt einen Weg haben, ans Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen zu werden. Ja, bei der Ortschaft kann man glaube ich wenigstens sagen. Außer, dass ich die Ortschaft in zwei geteilt habe. Vorteil ist natürlich, wir haben hier links und rechts jeweils eine Station. Wir werden jetzt hier einfach auch zwei Linien bauen. Und die dann hoffentlich dann so laufen kann. Ich lasse es einfach nur so durchlaufen. So groß ist die Ortschaft ja nicht. Das selbe machen wir jetzt hier drüben im Grunde. Hier soll auch kurz dann der Bus halten. Der fährt seine Touren dann hier rum. Ist sein Industriegebiet. Aber Industriegebiet ist auch immer wichtig zu unterhalten. Und durch die Autobahnanbindung können wir rein und aus dem Depot hier drüben auch direkt die Fahrzeuge nehmen. So, das ist Erlensee. Und Erlensee bekommt auch zwei Buslinien jetzt. Bedeutet eins. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung geht es denn das Ganze? Ich habe es hier rum gemacht. Zack. Warum der jetzt auch immer so fährt? Das ist komisch. Aber okay, dann nehmen wir das jetzt Erlensee. Ich weiß mal, was Erlensee heißt. Also Erlensee oder Erlensee. Erlensee. Bus 01. Und dann noch eine neue Linie. Das ist jetzt Erlensee. Erlensee. Bus 02. Dann heuern wir hier drüben aus der Busstation. Das muss ja hier das Straßenfahrzeugdepot sein. Heuern wir jetzt vier. Oder zwei. Machen wir einmal ein paar an. Wie viele passen da rein? Machen wir vier. Ne, zwei werden dann einfach rein. Zwei niegelnagelneue Busse an. Erlensee Bus 1. Erlensee Bus 2. Und hier kommen die zwei hochmodernen Busse jetzt raus. Erlensee Bus. Und das ist auch der Erlensee Bus. Hochmodern die Dinger. Wenn wir die jetzt verfolgen. Werden die sich jetzt hier schön auf die Reise begeben. Na, wird auch schon grün geschaltet. Jetzt geht es hier auf die normale Straße. Unter der Unterführung durch. Blinkt der schon. Weil jetzt geht es auf die Autobahn. Die Dinger werden ja sozusagen verschifft. Wo ist das andere eigentlich hin? Das ist eine blöde Frage. Wo ist dieser Bus unterwegs? Ich habe den zweiten Bus verloren. Irgendwo ist so ein Erlensee Bus unterwegs. Aber der ist schon in der Erlensee Linie beide drin, oder? Erlensee, Erlensee, Erlensee. Wo war ich denn jetzt gerade hin? Mir fehlt ein Bus. Ne. Hä? Wo bist du denn zur Hölle unterwegs? Der fährt hier zu... Also wir haben jetzt den Vergleich. Der eine fährt... Hier über die Autobahn. Aber okay. Ja, der Unterschied ist wahrscheinlich... Der eine muss bis hier rüber, der andere nicht. Holy shit, ist hier eine große Anfrage gerade. Und die Ortschaften mögen das auch, wie es scheint. Also die stehen voll darauf, dass ich den jetzt hier zur Verfügung stelle. Schon wieder so ein Neuz... Wie viele Züge soll ich denn noch nehmen? Ich habe nicht so viel Platz. Die sind jetzt aber auch happy, glaube ich, mit dem Umstand, was jetzt passiert hier. So, der erste Bus kommt jetzt an. Der fährt jetzt hier ab. Der andere Bus ist auch gleich da. Schau an. Der nimmt die jetzt schön mit. Der dreht natürlich jetzt... Der Umdreh-Modus. Holy shit. Jetzt wird gleich mal ein Plus hier gemacht. Was ist das denn? Okay, jetzt wird er mal ein bisschen voller. Jetzt biegt er hier ab. Schau mal, wie gut der... Wie schnell der seinen... Ah, der muss jetzt warten. Ampeln und so. Ach ja, der ist jetzt hier schon voll gewesen. Okay. Der muss jetzt natürlich erstmal den Ausgleich schaffen. Für das, was auf was... Okay, die wollen die gar nicht... Das verstehe ich nicht. Ist das wegen der Ampel, oder was? Ist das, weil ich hier eine Ampel drin habe, oder... Das ergibt ja gar keinen Sinn. Dann können wir die Straße ein bisschen degradieren auch noch. Dann sollte das ja eigentlich... Keinen Sinn mehr ergeben, was der Bus da gemacht hat, oder? Der macht es trotzdem. Warum macht er das? Ah, weil er hier nicht mehr wechseln kann, kann das sein? Au. Aber es reduziert sich schon. In der Busstation stehen auch ein paar immer wieder. Aber ich glaube, der Bus hat jetzt mit seiner zweiten Runde schon... Nicht Plus gemacht. Warum ist der immer noch ein Minus? Du wirst doch wohl die ganzen Leute hier abbauen können, oder? Die machen doch ordentlich Gewinn, denke ich. Also es fühlt sich auf jeden Fall an, dass die Gewinn machen. Aber vielleicht dauert es einfach auch, bis alles abgebaut wird. Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass diese Folge vorbei ist. Ich habe euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.